Gut, jetzt geht's los, man. Volle Konzentration. Jetzt aber ich nicht. Und den Nenereiß anbrennen lassen. Sushi City! Sushi City! Kommunikation durcheinander ist richtig schlimm. Ja, das wird super. Also, wir sind jetzt blau, ne? Wir sind links, man. Wir sind links. Ich geb dir Scheiß rein. Aber ich bin rot. Äh, okay. Fische, Fische, Fische. Blauer oder blauer Fisch? Verleben wir das andere Ding? Ja, blauer Fisch. Ah, ich hab's geworfen! Nein! Ist egal, ist egal. Ich schneide was. Also, Fisch schneid den. Was müssen wir machen? Wir müssen was mit Fischen reißen. Oder hier ist Brüder auf dem Teller. Nehmtaste geht nicht mehr. Warum geht die nicht mehr? Oh, Digger. Hä? Achso, ich kann ja nicht. Reis, Reis. Jetzt auf dem Teller. Auf dem Teller. Hab ich Teller noch? Ja. Zack, leider. So, jetzt Sushi zweimal bitte. Jetzt hab ich langsam raus. Auf dem Teller, auf dem Teller, auf dem Teller. Nee, auf dem gleichen Teller. Oh. Ich hol dir einen neuen Teller. Du musst was schneiden. Eigentlich musst du irgendwie gefühlt alles machen. Ich hab schon mal Sushi mit Teller vorbereitet. Oh, ich brauch jetzt Platz hier. Oh, ich hab den Teller immer wieder genommen. Ich tu den Teller wieder neu hier oben hin. Hey, beruf mich nicht. Ich muss erst schneiden. Noch mal Sushi und dann Blaufisch. Reis. Reis, was ist das? Mach du Reis! Ah, ja! Boah, Teller, fuck. Kaffee, Teller. Teller, komm. Oh, geil. Jetzt geben wir mal das Rezept, äh, das Gericht bitte rüber. Das brauch ich. Einfach das Band, genau. Nee. Ah. Ja. Sehr geil. Okay. Immerhin. Wir haben es geschafft, Mann. Wir haben es geschafft, Mann. Dann haben wir es geschafft, ja. 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 Okay, was hättest du? Einmal die blauen Fisch. Einmal blauen Fisch und danach, äh, Garnele, die roten. Ich mach erst mal Garnele. Aber ich brauch noch blauen Fisch, hab ich keinen mehr. Okay, danke. Das ist gut zu wissen. Gut. Hä? Äh, jetzt passt nicht geplatzt, weil ich hab zu viel gestapelt. Da hast du den Teller mit dem... Ah, nee, das wollte ich doch gar nicht. Ach, das hab ich jetzt falsch gemacht. Ja, dann machst du jetzt den blauen Fisch. Wo ist der denn nachher? Reis, ich hab hier schon einen Sushi-Dings Teller, der rumfährt, ne? Wie hier? Bin gar nicht mit dem Team, mit dem Freund. Schnell, achte das... Schnell, der blaue Fisch, blaue Fisch, blaue Fisch, blaue Fisch. Oh, ich will ihn, ich will ihn noch. Ne, jetzt brauch mir Garnele, Garnele, Garnele. Scheiße. Jee, jee, schlisch, 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 schlisch. Amir, das war falsch. Teller kommt, mach das Ding, mach das Ding. Mach das mal das Ding. Ach, du musst Teller waschen. Ach, du musst Teller waschen. Ach so, du musst Teller machen, ne? Die ganze Zeit ist hier schon, da hat sich das Zeug verletzt. Ja, ich weiß. Ok, schnell, schnell, schnell Ich hab keinen Teiler mehr gehabt, Mensch! Wir essen doch schon die ganze Zeit fertig, das Essen oben links Das war falsch Sehr gut, jetzt, äh, Sushi, Sushi, Sushi Ich bin kein Teiler, mach Reis, genau Das müssen wir mal wieder geben Zack, hier, ja, 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 ja 20 Sekunden Danach nochmal blauer Fisch Ja, ja Ah, nicht fertig, komm, komm, mach's rein Mach's mal Sushi, 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 das schaffen wir noch, komm Jetzt noch hier der blaue Fisch, schnippeln und drauf Oh nein, ich hab's geworfen Nimmst die Teiler, ne, lass, 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 lass Ah, wohl knapp, wohl knapp Ja, wir haben doch eh keine Chance, Alter Und? Jawohl, komm, komm, komm Oh, ich knapp, ich knapp, Alter Langsam hab ich mich da reingedinkselt Das ist noch ein bisschen... Sehr gut Wir haben ja jetzt mal noch die Punkte wieder Ja, wer war jetzt in von euch? Ich war außen Elias war in Aber da muss man auch dazu sagen Dass der Teiler, die uns ja nicht mitgenommen hat, ne Ich hab alles fertig gehabt Ja, das hab ich schon wieder vergessen Habe ich hier auf dem Schirm gehabt Also wir sind echt scheiße, Manu Ja, das sprichst du aber jetzt du für dich Sehr gut Äh, Teams beibehalten, oder? Okay, dann? Revanche Partie Revanche Partie Äh, gleiches, oder lieber jetzt ein anderes Szenario Äh, gleiches, oder lieber jetzt ein anderes Szenario Ich lass mal reinkommen hier, ich muss mal was machen hier Ja, mach mal, mach mal, okay Wählt aus, worauf ihr Bock habt Ich hab auch noch mal ausgewählt Sushi, sorry Achso, man könnt ja abstimmen Ihr könnt ja abstimmen Ich hab jetzt mehr Long genommen Wenn ihr wollt, dann nehmt Ja, dann mach ich das auch Dann schauen wir mal Das ist jetzt nämlich Zufall Los geht's Und es wird die Sushi Nein, es wird Ahhhh Okay, die Revanche Na komm Gut, jetzt geht's los, Manu Okay, jetzt geht's los Jetzt geht's los Los, los, los Wir wieder draußen Okay Hier, äh Wie immer Nori Beta, Nori Alge Hier ist schon Hier, hier, ne? Genau Und blauer Fisch Achso, wir brauchen noch einmal alles, Manu Du kannst noch einmal alles Nimm den hier oben Hä, hab ich nicht genommen Jetzt Aber der kann ich direkt Schneiden, erst schneiden Nippeln Nein Sorry Reis Genau, Reis ist perfekt Genau, jetzt gibt's wieder die große Masse Und hier gibt's aber den Fisch Äh, die Garnelen Ach, hast du schon, Garnele Perfekt Dann hab ich nicht Danach blauer Fisch schnippeln Hier Hab ich Ja, perfekt Zweimal blauer Fisch schnippeln Zweimal Ja Hier, Teller Danke Nimmst den anderen Teller Oh, Alter Hey, was soll das denn? Wenn wir nicht alles gewinnen können, dann müssen wir es halt so machen Mhm, okay Ja, feinlich, oder? Das ist eigentlich wirklich feinlich Das ist feinlich Teller, Teller Oh Mal Garnele Oh Teller Teller kommt Äh, blauer Fisch Blauer Fisch Als nächstes Ja Mach das Garnelen erstmal jetzt Deus Ja Ach man, ich hab hier was drückt Oh Teller Ah, der ist weg Ja, komm mal Komm mal Ja Perfekt Okay, mach du schief Ja Ich hol den neuen Teller Ich hol den neuen Teller Auch blauen Fisch Okay Oh Das ist ja schon Das Spiel hier Zack Fisch kommt Jawohl Danke Jawohl Danach nochmal blauer Fisch Oh Oh Es gibt hier eine Mangel Das Ding Danach blauer Fisch Und ich gebe dir den Schild Ja, es gibt nochmal Blauer Fisch Hier Blauer Fisch Ich stell's mal rüber zu mir Ah Warte ich Jetzt hier blauer Fisch kommt Bleib ruhig Hier Und noch blauen Fisch alle Ich geb den neuen Und nicht erlert euch Ja, Teller kommt Das hört ihr aus Hatte gehen nur organisieren Den ganzen blauen Fisch Ja Die ganzen blauen Fisch hier Schlimm Der blaue Fisch bei uns läuft Ja, ich hab nicht mal mehr ein Teller Den hast du mir nämlich Egal So, hier ist einmal das Garnelenfurt Ah, ja, klar Jetzt Garnelen zweimal Garnelen habe ich nicht Weg Hier, nimm Garnelen Nice, gut gesaved Garnelen Auf den Teller Ey, wir haben keine Chance, Alter Ich guck mal schnell Ja, hier ist Platz Hier ist Platz Platz, Platz, Platz Aber man nickt doch ab Er legt nicht ab Ja, weil kein richter Platz ist da anscheinend Ich mach Garnelen Nochmal Garnelen Ich muss den kleinen Teller mitbringen Ah, ich schaffe noch Komm Ja, komm, 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 komm Hier, Garnelen Nein, nein Was? Nein 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 Sehr gut Ja, klar, klar Aber noch mehr Punkt als vorhin Wir haben 442 Manu, obwohl ich jetzt eins gestohlen habe Sind wir trotzdem einfach so scheiße Wir müssen nur tauschen Also das ist einfach so scheiße Ihr könnt ja mal der andere rein und der andere draußen Und dann tauscht mal welche Positionen durch Ah Okay, wir haben jetzt 10 Rezepte Vorhin hatten wir 7 geschafft, jetzt noch mal 10 geschafft Das war auch schon eine gute Steigerung Gute Steigerung Als nächstes machen wir jetzt eine, würde ich sagen die Ballons Also eine andere Vielleicht sind die Rezepte auch nicht so unbedingt was für euch Lass uns, wir lassen die Teams jetzt einfach mal zufällig Achso, können wir auch machen Dann Ballons Ja Da kann man übrigens runterfallen, das ist ganz, ganz schlecht Genau Das ist ein guter Tipp Man kann da runterfallen Ja, warte auf die Wahl der anderen Spieler Hallo Ja, oh mein Gott, ich hab's doch Wow Ah Mensch Let's go Let's go Das Schicksal Ansonsten tauschen Beziehungsweise jetzt ist ja sowieso wieder ganz anders verteilt Ich schmeiß euch einfach die ganze Zeit vom Ballon runter, Alter Ist mir egal Wir wissen das So, wir sind unten Oh ne, warum bin ich schon wieder blauer Okay, wir sind oben Äh, die Zutaten aus den Kisten, wo das drauf ist Wir machen jetzt Burger Nein, jetzt können wir beide kochen oder was Burger Banz Ja, ja, ihr könnt Tomaten und Fleisch Gut Wo breiten wir jetzt zu? Einfach hier? Einfach hier auf den Bretter, immer überall Ihr habt schon mal Banz drauf gemacht Ich muss schneiden erst mal So Ja Wo ist denn? Ah hier, hier geschnitten wird da Wo ist denn das Brot? Ah hier, das kommt einmal drauf, Käse Das hab ich Das liegt hier und nicht hier, hier Ja Da muss ich jetzt halt auch erst mal Ich mach einmal ein Fleisch Ich schneide den Käse nicht Du kannst ja Fleisch nicht reinhauen Äh, die Pfanne? Ich versteh's auch nicht Wieso, was ist das? Das Fleisch muss ja schneiden Ach so So Glaub ich Ach das ist nochmal extra Knopf Ich bin ja kein unfairer Spieler hier Haben wir nur einen Schneiderfahrt für uns alle? Nein, zwei hier in der Mitte ist noch eins Nice So ich mach jetzt hier Genau, mach du alles Ich mach hier Fleisch Oh Mannu, insane Mach du den Scheiße Der arbeitet hier, ey Ist der fertig? Nein, oh mein Gott Ich hab das Fleisch weggeworfen So der ist fertig Und ich hol schon mal das Beef für das Hol du mal das Beef für den nächsten Ja Rose ist schon hier, du musst nur noch Fleisch machen Ich mach Beef Und du machst schon den nächsten Burger Hier ist fertig das Fleisch Hier ist fertig das Fleisch Ach so wunderbar Salat fehlt noch, okay Ich hol Salat Okay Let's go Ich brauch'n Käse noch Ich brauch'n Käse Äh Ey Champ, der Fett Ein Salat, das ist doch, das auch Aber Käse auch Käse, jawoll Fleisch fertig Äh, Käse kommt auch hier drauf Nein, das Fleisch, das Fleisch Das Fleisch verbrennt Warum verbrennt das? Ich nehm's doch Ich nehm's doch Oh Gott Nein Ah, ach jetzt hab ich Okay, ich dachte aber dann zwei Fleisch drauf Ich bring dich jetzt, ne der wird Salat noch Ja, die Teile das hier drüben Ja, Daniel Da ist Salat weghauen Du hast den Salat Der Burger ist komplett im Arsch Der Burger ist komplett im Arsch Nein Null Nein Der ist doch im Arsch Der ist aber nicht Ach so Ja, das geht jetzt nicht Dankeschön Der ist eh Fall Warte mal Warte mal Die sind alle falsch Äh, Tomate Tomate Und Fleisch Tomate und Na gut Aber der Link Ja, okay, er gibt ab Aaaah Okay, wir machen nochmal Ich mach Brot Tomaten Salat und Fleisch Ich mach Fleisch Ich mach Fleisch Du musst da was schneiden, oder? Das ist eine gute Frage Da kommt ihr nicht zusammen Oman, du musst oben links gucken, bitte Was denn? Salat, Salat, Salat Ich geh grad nicht zusammen Na guck mal, was wir brauchen Ah, scheiße Ich hab Ja, der ist durch Warte, nichts drauf tun Schade, der ist durch Okay, Fleisch, Käse und Brot Fleisch oder? Ah, wir haben noch Fleisch Ja, ja Sollen wir das jetzt wegwerfen, oder? Wie ist das, Ladeus? Wo sind die Teller? Ah, scheiße, wir brauchen noch Teller Warte mal, nein Ja, doch wegwerfen, ja Hier hinten, wir gucken mal hinten den Müllämmer Oh, nee Es ist der Teller auch Fleisch, Fleisch und Käse Aber jetzt Salat Fleisch Fleisch Nein, liegt auf dem, egal Ist jetzt ein Teller weniger, oder was? Nee, alles gut Alles gut Brauchen wir noch einmal Fleisch Ah, nee, liegt noch ein Fleisch Alles gut Jetzt einmal Alles außer Käse Da steht Der Burger, der kriegt auch Fleisch So, wir brauchen noch Ja, okay, perfekt Danach 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 Einmal alles außer Tomate Ja Ach, Käse haben wir jetzt schon scheiße Den war doch nicht Achso Ja, ja, ist absolut, absolut Ich mach den, kann ich hin? Yes Schaff ich Ja, was ist mit dem Käse los? Der Käse will nicht Was ist mit dem Käse? Salat Pack einmal drauf, hier Easy Game, Manu Easy Game, Alter Das war... Ja, Moin Hopp, Leute Das war... Ja, Moin Hopp, Leute Wir haben einfach... Wir haben einfach alles gewechselt, weißt du? Wir haben zwei Burger, ich glaube Ich bin natürlich... Ich habe doch mal... Ich habe immer Sushi, Leute Und ihr könnt nichts anderes So ist es nicht Wir sind nämlich Burger Wir essen nämlich Burger Wir essen nämlich Burger Nächstes Mal klappt's Sorry, dummen Patrioten Das war alles Beyond Meat, meine Freunde Welche dazu gesagt haben Ja, okay Naja, nur so dass ihr's wisst Dann ab zum Stromschnellen Imbiss Ja, machen wir wieder Random Teams, oder? Können wir machen, ja Stromschnellen Imbiss, gut Das dritte Der ist auch wild Ja, äh... Ich gehört, das geht auseinander, aber... Ja Ich kann nichts auswählen Ich kann nichts auswählen Warum kann ich's auswählen? Kein Team Keine Ahnung Keine Ahnung Okay, jetzt hab ich's Und das bist du aber noch blau Ah, jetzt, okay, gut LoL Es ist einfach... Es ist einfach... Der Zufallsgenerator ist hier gar nicht mal so zufällig Ja, oder halt zu zufällig Ja, du hast es ja gewählt Vielleicht wäre ich sonst... Keine Ahnung Okay, also... Du bist das... Ja, genau, es sind beide gleich Was machen wir leider? Ach so, wir machen das Ja, pass auf, du musst das nehmen Du hast eine Zutaten Ich schneide Ich schneide Ja Muss man das richtig auch schneiden? Ich glaube auch Muss ich ihn auch schneiden Warte mal Werfen 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 Du kannst schon mal frittieren Du musst schon mal frittieren Alles muss frittiert werden, glaube ich Alles ist so gesund, ey Mhm Ja, wir müssen einmal die rohen frittieren Ich werf schon mal was rüber Ein Und dann einmal beides Genau Zum abgeben Danke Kartoffel ist da Ja Ja Es ist direkt hier Hier, genau Perfekt Wer wird schlecht, wer wird schwindlig Wer wird schwindlig Ja Kartoffeln auf das... Scheiße, stimmt Du brauchst noch einen Teller Hab ich, hab ich Nimm das andere Fleisch mit Nimm das andere Fleisch mit Genau Nein Nein Hier ist Kartoffeln Und dann wirf mir wieder Zeug rüber Oh, einen Teller? Äh, gib mir den schmutzigen Teller rüber Ist das weg, oder was? In der Mitte ist noch ein Teller In der Mitte ist noch ein Teller In der Mitte ist noch ein Teller Und damit ist noch ein Teller Wirf 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 Dann leg ich ihn drauf Ne, ist es nicht, okay Du musst jetzt schneiden Jetzt wieder schneiden So Einmal Hühnchen bitte schneiden Du musst noch, äh, du musst das frittieren noch Die Kartoffeln frittieren Ja Da musst du noch unter den Teller schneiden Mann Und dann gib mir das Essen rüber, was fertig ist Damit ich's abgeben kann Schnell 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 Ey, warum wäsche denn hier? Das war zu knapp, glaub ich Egal, weiter, weiter Gib mir den Teller Kannst du so abgeben Und Zeug zum Schnippeln Was ist das hier? Komm jetzt aber schön, der neue Teller Da liegt noch oben nichts Da noch mal Fleisch drauf dann Am besten, wenn's geht's Ähm, Fleisch brauche ich geschnitten? Ja, ich muss das erst mal schneiden Richtig Ist das für ein Teufel? Fleisch kommt Fleisch kommt Danke, das kannst du abgeben, wenn du willst Oh ne, dem machen wir erstmal Kartoffeln, ja Kartoffeln kommt Am besten jetzt dort Fleisch drauf, auf das Ding So ein bisschen blau Und danach gib mir dieses schmutzige Teller-Ding Ja, was können wir jetzt abgeben davon? Nix, oder? Perfekt, jawoll Hier wird der trickster Teller Jetzt machen wir nochmal beides Noch mal beides Ne, nur Kartoffeln Oh, Kartoffeln geht auch Wie gesagt noch bitte das erste Ja, dann ist da nur Kartoffeln Perfekt Und jetzt nochmal beides Nice Oder wieder Zutaten rüberwerfen Bitte Fäller, Fäller Ja Du kannst das hier abgeben, wenn du willst Bitte abgeben Danke Das ist zeitlich riskant Oh, das ist super in grade Hier ist Hier ist nochmal Essen Schmeiß was drauf Schmeiß hier Ich mach mal Teller Schmeiß nochmal Fleisch drauf Hast du Fleisch? Ne, hast du grad nicht Teller, 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 Manutella Ich versuch's ja Er will nicht mehr abversteuern Ne, oben liegt einer Oben steht doch einer Oben steht doch einer Oben steht doch einer Oben steht einer Oben steht einer Bitte nimm den Nimm den Schnell 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 Wir haben jetzt grad ein Rezept verkackt Und ihr habt halt noch eins geschafft Genau Oh mein Gott Alter Ah, also mach ich Stell mich lauter Lauter, lauter, lauter Hab ich Mach ich Mach ich Aron, weil man viel zu laut rumgereiht Ja Stell ich doch Mach mich leiser Ich brauche den Ich brauche den Das ist ein kompletter Gehirnmatsch Das ist schon richtig schön Ja, ist schon geil Kann man schon machen Äh, Gebirgskobets als nächstes, oder? Na dann los Na dann los Ich glaube, wir werden im Team Mal gucken, ob es nächstes mal wieder ein anderes Joooooo Jetzt wird's wild, Alter Jetzt wird's wild, Alter Jetzt wird's wild, Alter Genau Äh Was sind die Prämisse? Ist hier irgendwas Besonderes? Mal gucken, ich weiß es nicht mehr Ich würde immer nicht mehr Ah doch, kein Rundefall Überall fällt mal runter Äh, ich brauche Scheiß Wir machen Fraps, oder sowas Ja, du musst mir Scheiß geben Ich weiß nicht, wo das herkommt Ach Scheiß, du musst doch Ja Du musst drauf gehen Hier kommt einmal Einmal ein Breis Und Ja Hühnchen 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 mit Reis Alter Ich brauche einmal Hühnchen mit Reis Wir machen Fraps hier Dankeschön Ich geb dir bloß Ich geb dir einfach die Zutaten rüber Du kannst einfach werfen oder sowas Ja, alles gut Ich kann's auch zusammenstellen Ich kann's auch zusammenstellen Wenn du mit dem Teller gibst Ah, oder? Noch einmal Hühnchen erstmal Einmal Hühnchen erstmal Reis Die Pfanne Genau Da Reis es fertig Reis es fertig Ahahahah Ahahah Uuuuuh Oh Gott Okay Wir brauchen Teller Wir brauchen Teller Ja, du hast recht Hier habe ich Einmal Fleisch noch rein Einmal Fleisch noch rein, bitte Ach hier in der Mitte Aber das ist keiner Ist schon fertig Ist schon fertig Die haben unsere Teller genommen Ich geh rüber Die haben unsere Teller genommen Ey, was für Teller genommen Richtig so jetzt, oder was? Jetzt einmal mit Fleisch den Fripp Genau Der ist noch roh Der muss noch Der Reis brennt an Ihr kriegt Ihr müsst hier Ihr müsst den Teller einfach selber wieder nehmen Hey, ihr habt den Teller doch bei euch doch Nee, bei uns? Nein, der kam nicht Okay Ich brauche alles 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 Wir brauchen gerade Wir haben nur Rezepte mit Reis, Käse, Fleisch Äh, Reis Das halten wir auf der Wartebank Ich brauche zweimal Hühnchen Die Fremds sind hier Zack Danke Hab wieder runtergefallen Fleisch Scheiße, kann man nicht werfen Kommt, komm Hier, Fleisch Dreimal mit Reis, Reis, Reis Dreimal nur Reis und Fleisch Ja, mach mich, alles gut Komme ich um dich Ja, ich komm, Reis Reis kommt, Reis liegt Ich brauche Teller dann wieder Hier drauf Achso, ja Ja, gib ich ab Ich Wo finde ich einen Teller? Ich habs nicht Die sind hier in der Mitte Hier Bei euch Ja, Alter, verarsch uns nicht, Alter Wir wissen ganz genau, was wir machen Wir trauen keinen Teller bei uns Es tut mir leid Ja, die heute nehme ich die ganze Zeit Aber konzentrieren Ich bin nur hier hinten Was willst denn du die ganze Zeit? Ja, nimm mir mal einen Teller von denen Alter Nimm dann bald Nimm dann wenigstens nie unser Essen mit Sondern nur den Teller, meine Güte Dankeschön Guck mal hier jetzt abgeben Sag Abgeben Das muss doch gekocht werden Oh, das ist ja Einmal alles, das brauchen wir nicht Einmal alles, das brauchen wir nicht Einmal alles brauchen wir nicht Hier kommt nochmal Reis Reis brauchst du? Ja, alles Alles mögliche, hol einfach alles Also Hey Hier fleisch Ich brauchts Wollen wir, was fehlt denn jetzt noch? Fleisch noch, zwei Mal, ne? Hier ist nochmal fleisch Ach, hättest du's reichs? Nee, jetzt ist fertig, hier guck's fertig Ist fertig Du brauchst schnell den fertigen Fleischer drauf Hier, drauf schnell Jawohl Sehr gut Und Neu Und der hier ist Müll Ich brauchst halt auch Danke Ja, der kann weg Alter, nimm Ein Zeug Nochmal hier Ganz normal mit Genau Ach, ich weiß warum Ach, scheiße Jetzt abgeben Die Abgabe Was denn? Fahr da nicht abgeben Nein Die Abgabe, Digga Die Abgabe, Digga Die Abgabe Die wechseln, Taddeus Die wechseln immer wieder Die wechseln Die fahren durch Und deswegen kriegen wir immer die Teller Weil ihr mal bei uns abgegeben habt Alter 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 Lars bracelets Alexander Jetzt wechselts wieder Jetzt wechselts wieder Komm schnell Reis 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 Einfach nur Reis drauf Achso, der muss noch Der muss auch Der muss noch Ok, der muss noch Nimm Durido Jawohl, perfekt Und jetzt noch schnell lên abgeben Wunderbar Oh Guckt aber an Alter Alter Boah, Alter, was haben wir denn wieder? Ja, genau, Alter. Deswegen die Teller. Genau, Alter. Ach, Mann. Ja, woran läuft wohl? Alter. Spielschlag Null, weil ich ja gar nichts gegeben habe. Ey, was war das denn? Ey, das wird ja immer blüder. Ich liebe dieses Spiel, Alter. Du musst einfach drauf kommen, ey. Du hast so viel anderen Scheiß zu tun, Alter, komm. Ja. Uuuuh. Schöne. Gebirge. Noch mal das gleiche, oder was? Ja, ja, noch mal. Und das seht ihr jetzt auf Manus Kanal, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, danke fürs Zuschauen und die Revanche gibt's dann bei Manu. Noch mal Gebührsgourmet. Ah, ist das schön. Meine Herren. пер hundred. D